Warum bist du hier? Das würden wir auch gern wissen. Wir, Terry, Mary und Düsentrieb. Markus, Düsentrieb, ihr bleibt die ganze Zeit auf dem Feld. Ich hoffe, du hast keine Höhenangst. Hey, Düsentrieb, der ist verdammt noch mal gut. Aber der da kann auch was. Mach das Ding rein! Ja! Das ist der Mann mit dem Herzen und dem Funk! Nein! Nein! Ha! Hi! Gibt es dich auch ein Geschick? Oh, Entschuldige. Nein, lass das. Ich mag dich auch. Und ich will dir was zeigen. Das war meine Kajiva. Wie du einen hast. Ich meine, bevor ich so umgewacht habe. Meine Fresse. Gefällt sie dir nicht? Die ist der Hammer. Wirklich? Und wenn ich dich morgen damit fahren lasse, würdest du dann heute auch das für mich tragen? Ich ziehe mir dann auch was anderes an. Hey, halt! Was machst du da? Verdammt! Ich habe vermasselt. Ich war viel zu stürmisch, oder? Mhm. Dabei habe ich doch nur eine Nacht, um dich zu verführen. Beim heiligen Dracul. Lossum kann das viel besser als ich. Und was ist mit dir? Denkst du auch nur noch an mich? Ab an! Stell dir vor, du könntest 100 Jahre lang 16 sein. 100 Jahre Motorrad fahren. Beim heiligen Dracul! Das Düsenschritt! Nein! 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 Du hast nur einen Sonnenaufgang, um mich zu verführen. Dafür lege ich meine Beine ins Feuer. Aber nur wenn du mich nochmal küsst. Und zwar so wie gerade. Das Düsenschritt! Das Düsenschritt! Das Düsenschritt! Das Düsenschritt! Das Düsenschritt! Das Düsenschritt! Untertitelung des ZDF, 2020